Herzlich Willkommen zurück zu Call of Duty Multiplayer und wir spielen jetzt eine neue Runde. Schauen, was wir heute reißen können. Oh, da kennt einer auf dem Boden. Gibt es nicht von hinten oder was? Oh man, da ist immer noch die Dragonfire und ich finde es zähsendlich, wo es ist. So. So. Scheiße. Bye bye now. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Okay, das war ein kleiner Ausschnitt von Call of Duty, dass ihr ein bisschen Spaß hattet und hier nochmal die Abschlusskamera. Also bis dahin, macht's gut, ciao. 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 Ciao.